Guten Tag Leute, hier spricht euer Pedak im Sohn und jetzt werden wir zum letzten Wächter gehen. Mal gucken, wie es jetzt funktioniert zum letzten Wächter. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie schwer der letzte Wächter ist. Da bin ich mal richtig gespannt. Am letzten Wächter. Hoffen wir mal, dass wir ihn kriegen, den letzten Wächter, Leute. Weil ich glaube, der könnte ein schwerer Gegner werden, Leute. Mal hoffen, die Legende, die Legende, Alter Schwede, das ist eine Legende, Leute. Hoffen wir, schaffen wir ihn. Ich bin mal gespannt, Leute, wie wir ihn kriegen. Gehen wir an, Alter, die Kampfarena ist schon nicht schlecht, Leute. Du bist die, die den Kerbeross erschlug. Ja, bin ich. Es ist lange her, dass ich einen guten Kampf hatte. Herakles, ich bin nicht hier, um zu kämpfen. Ich brauche dich. Ich kämpfe, sag ich. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ok, Juni. Ok, Leute. Es ist ein bisschen aufraßen, glaube ich. ok ok schlecht wie dann nicht ok ok ich bin mal gespannt am ende bin ich mal gespannt leute am ende bin ich mal gespannt am ende bin ich mal gespannt leute wie das so wird fürs am ende bin ich mal gespannt leute so bin ich mal gespannt am ende bin ich gespannt leute am ende bin ich gespannt leute angeblich soll er doch richtig hart sein was man nach dem ding leute kann ok bis jetzt geht er eigentlich angeblich angeblich die 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 Das ist ein Traber. Das ist ein Traber, das ist ein Traber. Bis jetzt geht er eigentlich. Aber man weiß ja nicht, was noch passiert bei ihm, Leute. Okay, der Sonne liegt. Okay. Bis jetzt ist er noch nicht so eine Legende. Aber man weiß ja nicht, was noch passiert, Leute. Okay, das ist doch ein Punkt. Okay. 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 Okay, haben wir ihn jetzt? Erhebe dich und sei ein Held für Hades und all die Menschen in der Unterwelt. Okay, das sah ein bisschen anders. Ich habe so eine... Irgendwie so muss man sagen... Habe ich jetzt gedacht... Irgendwie so gedacht... Irgendwie so gedacht... Okay... Aber wir haben ihn erledigt. Was ich gedacht habe, ehrlich gesagt, ein bisschen schwierig, habe ich mir gedacht, Leute. Ein wenig... Wenig schwieriger habe ich mir vorgestellt, Leute. So Leute, jetzt werden wir erst noch hier wieder rausgehen, dann speichern wir erst noch. Aber, okay... Unsere Kassandra ist schon keine schwache Söldnerin mehr. Nicht mehr so schwache... Die ist schon mal eine starke, Leute. Das ist nicht schlecht. So, jetzt schauen wir mal kurz in den Inventar, weil wir ja eine neue Wasser gekickt haben. Ob man die behalten, weiß ich noch nicht. Äh, behalten die ja, aber ob man sie benutzen, das ist noch die andere Frage. So Leute, und jetzt gehen wir mal zum Hades, Leute. Okay. Wenn ich fast sage... Wo gehen wir am besten hin? Schnell reisen, okay. Dann hoffe ich, dass er uns sein Versprechen gibt, Leute. Dass er uns frei gibt. Weil wir haben ja seine Aufgaben erledigt. Jetzt ist halt nur die Frage... Hat er noch was... Hoffen wir mal, dass er jetzt unser Versprechen ein... Wir haben seinen Verbrechen. Wir haben ja den Hund erledigt, aber dann nachher mal... Wir haben seinen Hund getötet, aber dafür haben wir ihm vier neue Wächter gegeben, Leute. Und ich hoffe, dass er uns das Versprechen einhält, Leute. Okay, nach dem Ding steht, dass wir jetzt die Unterwelt beenden können, Leute. Ich hoffe, dass er das wirklich beendet. Ob man wirklich beenden können wird, das wäre halt wichtig, dass wir uns von der Unterwelt abschieben können, Leute. Bin mal gespannt. Ob er uns was er versprochen hat und es gibt, dass wir wieder gehen dürfen. Da bin ich mal gespannt, Leute. Also... Theoretisch müsste er uns frei lassen, Leute. Theoretisch müsste er uns frei lassen, weil wir haben seine Aufgaben alle gelöst, Leute. Die vier Wächter sind jetzt alle in den Toren. Also, die können... Normalerweise muss... Gibt es keinen Auftrag mehr. Normalerweise muss es keinen Auftrag mehr geben, Leute. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, Leute. Ich bin mal gespannt, Leute. Wie ein Flitzenbogen. Ich bin mal gespannt, Leute. Wie ein Flitzenbogen. Oh. Cassandra ist zurück. Und der Sieg steht dir ins Gesicht geschrieben. Wo ist dein Bruder? Gibt's keine Wetten abzuschließen? Das ist längst geklärt. Er hat verloren. Die Tore haben ihre Wächter, Charons verlorene Seelenruhen in Frieden. Und jetzt sag mir, was du über den Stab weißt. Hahaha, das habe ich denen versprochen. Ich sag dir, ich helfe dir, dein Schicksal zu erfüllen. Mein Schicksal ist es, den Stab zu verstehen. Und du wirst mir dabei helfen. Du wirst nie in der Position, mit mir zu verhandeln. Dein Leben gehört mir, seit du den Körper ausgetötet hast. Jeder hätte Waren an den Toren platzieren können. In Wahrheit wollte ich nur, dass du dich hier angewählst. Oh, schon redest du da. Oh, habe ich es nicht erwähnt. Es gibt noch ein fünftes Tore. Und du wirst es bis in alle Ewigkeit bewahren. Das ist dein Schicksal. Ich habe mich deiner Frau nicht gebeugt und dir werde ich mich auch nicht beugen. Oh, und wie du das wirst. Oh, Gott. Oh, das wird... Oh, das wird mal gegen ein hartes Kämpf oder was? Oh, das wird mal gegen ein hartes Kämpf oder was? Oh, das wird mir啊. Das war's. 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 Das war's.